Moin, ich bin Jan aus der Konstruktion und wir wollen heute ein paar Fahrversuche machen. Dafür brauchen wir natürlich einen 1er Fahrer und dafür haben wir Michael mitgebracht. Moin, ich bin der Michael, ich fahre die Fahrversuche heute. Wir haben extra Stützräder montiert, damit wir mal bis an die Grenzen gehen können oder auch rüber hinaus. Ja, dann lass gehen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und Michael, wie war es? Ja, was soll ich sagen, Qualität auf Rädern. Sehr geil. Bis zum nächsten Mal.